Advent, Advent, ein Lichtleinbend. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier und dann steht das Christkind vor der Tür. Willkommen bei den Nürnberger Rhetorikern. Willst du eine Menge Spaß haben, natürlich gut reden, tolle Reden hören und auch selber halten, aber das Wichtigste ist eine Menge lachen, dann schau doch mal bei uns vorbei. Und jetzt wünschen wir dir erstmal eine schöne Weihnachtszeit. Advent, Advent, ein Lichtleinbend. Achso. Können wir einfach das Video nehmen? Soll ich das machen? Das kann nicht die Wahrheit sein. Okay. Ich habe mich jetzt auf mein Sex konzentriert. Advent. Advent, Advent, ein Lichtleinbend. Erst eins. Dann zwei. Dann drei. Dann die vier verloren. Oh, Gott. Oh!